Javon Best über die linke Seite, starker Block. Eine Sprungball-Situation, Entscheidung für Hamburg. Weissner. Boah, ja, 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 ja. Lukas Meissner. 24 Punkte. Trotzdem ist dieser Angriff aus Übersicht noch nicht vorbei. Aber es muss schnell gehen. Matthijus mit einem schwierigen Wurf. Matthijus. Im ersten sah es so einfach aus und dann verliert Westermann, gerade habe ich ihn noch gelobt, den Ball, Ferner Neu in der Startung, Ball für den Grünlo, der lässt es drachen. Ich bin noch lieber an der Garnbund gespannt, Copland, Mölz macht das gut in der Verteidigung und auch da wieder Elijah Chalz, sehr aufpasst, Bui ist auf und ab und super ein Spiel auf Elijah Chalz und jetzt zaubern die MAP-Riesen aus Ludwigsburg, Timeout Bamberg. Wir sind bei ATV Autotechnik, hier im Neuerbach aus Ost- oder Familie. Gut 1,45 gespielt, Wien mit dem Stil, dem wird er sein Danken, so ist es, Sterling Brown. Noch kein einziger Feld kommt der Bayern, nur ein Freiburg vor, Pops völlig frei daneben. Volmaro, Tempo, super, schönster Angriff der Bayern. Was für ein Handspiel, was für ein Bounce-Best, das war richtig Bock das Spiel. Und dann geht's ab, was für ein Assist, wow, Speed, das ist ja keine 2,5 Sekunden. Wow, wow. Zurück zum Spiel. Boah, schöner N.A.U. Wow. Hier nochmal Pappe, wow. Das sind eben auch seine Passqualität, macht ein klasse Spiel hier Till Pappe. Ja, und auch der Spielstand spricht zumindest ein wenig für die Ludwigsburger, weil wir haben gefühlt sind die Bamberger hier, überlegen. Zwei Minuten sind noch jede Menge Zeit, um das zu drehen für die Bayern. Wow. Wow. Hast du den Pass gesehen? Aber dieser Pass, ey, wenn der nicht die 1 in unserem Top 10 ist.